Willkommen zu diesem neuen Video. Eigentlich war das hier nicht in meiner normalen Videoroutine mit eingeplant, aber es kamen mehrere Fragen hier zu dem heutigen Thema. Ich soll mal hier das 83 MeToo Autopflegeset 2019 etwas analysieren. Ich habe da zwei Zuschriften bekommen, die gesagt haben, da sind so ein paar Sachen dabei, die irgendwie nicht so hundertprozentig ins Set reinpassen. Daraufhin habe ich mir das mal angeschaut und euch das Set hier vorne mal zusammengebaut. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe hier alles notiert, selbst die Erweiterung mit dazu. Und wir gehen mal dieses Set kurz durch und schauen uns an, was uns hier der größte Autopflegekanal aktuell als Set zusammenstellt für den absoluten Einsteiger. Und dieses Set hier soll sozusagen der möglichst günstige Einstieg sein in die Autopflegewelt. Und da auch bei ihm in den letzten Jahren viele neue Erfahrungen dazugekommen sind, soll das jetzt sozusagen das aktuelle Update sein. Wir gehen die Sachen mal durch und ihr wolltet ja meine Meinung dazu. Ist das Produkt gut, ist das schlecht, kann man das vielleicht mit etwas anderem ersetzen? Das gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Viel Spaß. Los geht's. Ich sage es nochmal dazu, das ist hier kein Hassvideo oder irgendwas. Es geht hier darum, das kritisch und trotzdem fair zu bewerten. Das wollten ja die Zuschauer und deswegen mache ich das auch für euch. Ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, weil ich mir nicht alles merken konnte. Erstmal hier das Set, wie es vor uns steht. Fangen wir mal vorne an. Es ging los mit der Gloria FM 10. Kostet ungefähr 28 Euro. Ich werde die Zirka-Preise immer mit dann im Anschluss danach nochmal einblenden und dann rechnen wir mal insgesamt zusammen, was das kosten würde. Also Gloria FM 10 Schaumsprüher. Ganz klare Empfehlung von ihm. Finde ich völlig okay. Also das ist mit einer der besten Schaumsprühe, den es auf dem Markt gibt. Man kann den auch zum Beispiel durch den Alterfum 2000 ersetzen. Da gibt es wieder ein paar, die sagen, das lässt sich nicht so gut aufpumpen. Ich empfehle euch immer, wenn ihr so einen Schaumsprüher per Hand aufpumpen wollt, dann greift hier zur Gloria FM 10. Falls ihr eine Akkupumpe nutzen wollt und hier nicht ständig pumpen wollt, sondern einfach einmal ums Fahrzeug rumgehen wollt, dann ist vielleicht der Alterfum 2000 die bessere. Aber das klammern wir jetzt mal aus. Gloria FM 10, völlig okay. 28 Euro seid ihr mit dabei. Weiter ging es dann hier mit dem Koch-Chemie Gentle Snow Foam. Relativ neu. Ich sage es immer noch dazu. Relativ. Kostet ungefähr, was habe ich mir aufgeschrieben, 12 Euro. Habe ich so mit dem günstigsten Preis gefunden. Schwankt auch wie immer, nagelt mich da nicht fest. Ein Liter drin, könnt ihr als Snow Foam für die Gloria nutzen oder auch direkt in den Wascheimer geben. Und da muss man immer schauen, will man hier so ein Kombinationsprodukt oder nimmt man sich Snow Foam und Shampoo getrennt. Und da muss jeder selber entscheiden, wie ihr das macht. Ich finde diese Variante völlig okay. Man kann diesen Gentle Snow Foam von Koch-Chemie auch gut ersetzen mit dem entsprechenden Produkt von Sonax. Sonax Rich Foam ist im Prinzip dieselbe Variante. Ihr habt einmal Snow Foam und Shampoo in einem aufgrund der Tensid-Zusammensetzung. Also könnt ihr das auch im Schaumsprüher nutzen und auch im Wascheimer. Da beide ungefähr preislich bei 12 Euro liegen, stelle ich den wieder weg. Weil man kann das auf jeden Fall nutzen. Beim nächsten Produkt hier, beim Aluteufelgrün, war ich etwas verwundert. Weil er hat ja in den letzten Monaten nicht mehr so gut oder positiv darüber gesprochen. Sagt zwar immer noch, dass es ein guter Felgenreiniger ist, aber die Leistung hat abgenommen. Ich denke mal, so kann man das hier rüberbringen. Aber da hätte ich eigentlich gedacht, dass der nicht mit in dieses Ranking mit reinkommt. Weil da auch überwiegend negativ gesprochen wurde. Ich zähle nicht immer noch mit zu den besten Felgenreinigern. Ich habe da auch persönlich nochmal den Test gemacht zwischen alter Version und neuer Version. Es liegt einfach nur daran, dass hier biologische Farbstoffe jetzt genutzt wurden. Und die sorgen einfach dafür, dass der etwas ausbleicht. Ich denke, man kann das auch leicht erkennen. Aber von der Reinigungsleistung hat sich nichts verändert. Muss ihr da selber entscheiden, wie ihr da klarkommt. Ich lasse den hier trotzdem mit drin, weil ich finde ihn persönlich völlig in Ordnung. Kostet im Angebot irgendwo zwischen 9 und 10 Euro. Normal immer so um die 12 Euro für den ganzen Liter. Für den Einstieg, für so ein Basic-Set geht das auch in Ordnung. Als Universalreiniger hat er hier den Green Star von Kochchemie genommen. Müsste immer daran denken, funktioniert soweit gut. Auch im Innenraum. Da nutze ich aber auch lieber etwas andere Produkte, die nicht alkalisch sind. Weil der hat hier pH-Wert 12,5. Ich muss nochmal selber schauen. Ja genau, 12,5. Müsste immer selber entscheiden, ob er das nutzen will. Ich nutze den nur im Außenbereich hier, um vielleicht mal ein paar richtig verschmutzte Stellen zu reinigen. Und da hat er noch die passende Sprühflasche dazu gezeigt. Quasar. Da muss ich auch noch einen Punkt dazu sagen. Ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass bei zwei Flaschen bei mir schon hier oben im Kopf etwas gebrochen ist. Das heißt, hier vorne kommt kaum noch Spray raus. Und was mir auch noch bei den Quasar-Flaschen aufgefallen ist. Ich habe jetzt hier einen grünen Sprühkopf auf gelbem Boden. Dass hier unten dieses Gewicht bei manchen Produkten anfängt, sich ein bisschen aufzulösen und auch wie zu korrodieren, zu rosten. Also da müsst ihr ein bisschen schauen, was lagert ihr hier drin. Und bei manchen Flaschen ist auch bei mir dieser Gummischlauch hier schon leicht porös geworden. Also hier empfehle ich euch, wenn ihr diese Flaschen nutzt, spült die danach immer aus. Und wenn möglich, testet es vorher aus und lagert hier aggressive Reiniger nicht unbedingt in der Flasche, sondern im Originalbehälter. Bis hierher kann ich auf jeden Fall sagen, völlig in Ordnung. Gibt es soweit nichts daran auszusetzen, außer hier so ein paar Kleinigkeiten. Aber jetzt kommen wir zu den Punkten, wo es doch ein bisschen schwieriger wurde. Weil es geht ja darum, ein möglichst günstiges und attraktives Set für euch zusammenzubauen. Und da hat jeder eine andere Meinung. Klar, Meinungen und Erfahrungen unterscheiden sich. Aber hier beim Punkt Glasreiniger würde ich einem Einsteiger nicht unbedingt den Kochschmier empfehlen. Klar, er funktioniert super, genauso wie andere Glasreiniger auch. Aber hier gibt es wesentlich günstigere Alternativen. Ihr seid hier bei dieser Flasche, ich schaue mal nach, aktuell bei 9 Euro für 750ml. Ist für viele ein Schnäppchen, ist für viele einfach überhaupt kein Geld. Aber es geht darum ja, das Einsteigern weiter zu empfehlen. Und die wollen ja nicht gleich hier in die größten Preisregionen. Und da gibt es auch Alternativen, hole ich mal hier ran. Und das ist der Tugalin, zum Beispiel von Tugashmi. Der kostet 6 Euro für einen ganzen Liter. Ist jetzt nicht der riesige Preisunterschied. Aber es geht ja wirklich darum, wo kann man noch ein bisschen Geld sparen und bleibt trotzdem bei diesen Autopflegeprodukten. Hier kann man zum Beispiel auch einen günstigen Glasreiniger nehmen, hier von Frosch. Mit Spiritusanteil für 1,99 Euro. Wäre jetzt noch diese Preisalternative. Aber wir bleiben mal in dem Bereich der Autopflegeprodukte. Es gibt immer noch günstigere Alternativen. Aber das wäre zum Beispiel so ein Punkt, den könnte man sich anschauen. Und da spart man wieder ein paar Euro. Machen wir mal hier vorne weiter mit dem Trockentuch. Sein eigen importiertes Trockentuch gibt es auch in vielen anderen Varianten von anderen Firmen von Liquid Elements. Ich bin so offen, ich sage das einfach, weil man kann es nicht verbergen. Und man muss es auch nicht. Also Liquid Elements, was haben wir noch? Fireball gibt es ähnliche Tücher mit einer ähnlichen Struktur. Von Next Zero gibt es noch Tücher, die dann im ähnlichen Preisniveau liegen. Hält sich aber preislich mit den anderen Tüchern auf einer Ebene. Deswegen ist es völlig okay, wenn man sich das nach Hause holt. Ich halte mich ungefähr so an seine Reihenfolge. Hab die aber auch schon ein bisschen durchbrochen. Aber gehen wir weiter zum Waschhandschuh. Und hier muss ich sagen, den Waschhandschuh gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Und den hatte ich in vielen Tests schon im Einsatz und auch privat. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Der Schmutz lässt sich sehr schwierig meiner Meinung nach wieder aus diesen Fasern rauslösen. Und deswegen sage ich es dazu, wenn ihr so einen Handschuh mal irgendwo in der Nähe habt zum Ausprobieren, dann testet es mal und kontrolliert auch mal bei Freunden, Bekannten, die so einen Handschuh nutzen, ob hier Restschmutz drin ist, auch nach der Waschmaschine, weil das ist mir wirklich aufgefallen. Ich kann auch hier jetzt schon wieder so einen kleinen Schmutzpunkt rausholen ohne große Suchung. Also das sind so Sachen, die mir etwas negativ aufgefallen sind. Hätte ich zum Beispiel eine Alternative, wenn ich sie sehen würde. Ach, und zwar genau diese Waschhandschuhe. Einfach mal als Beispiel. Der Oil Clear ist auch ein paar Euro günstiger. Der kostet 13 Euro circa. Und der hier, das hat er bei knapp 16 Euro, 15,90 Euro. Also auch da wieder 3, 4 Euro gespart. Klar, ist nicht die Welt. Aber es geht ja darum, möglichst günstig, aber trotzdem qualitativ hochwertig zu arbeiten. Also hier der Oil Clear zum Beispiel wäre jetzt eine Möglichkeit, den da als Alternative zu nutzen. Und wenn wir gerade hier bei dieser Art von Kategorie sind, können wir auch nochmal zum Wascheimer und zur Schmutzfalle kommen. Er hat ja hier den normalen Gridguard Eimer empfohlen. Ist auch deutlich stabiler als so ein normaler, flatteriger Baumarkteimer. Absolut richtig. Kostet aber auch ein bisschen mehr. Trotzdem sage ich es dazu, auch hier bei meinen Empfehlungen, nutzt echt einen so einen Eimer zum Auswaschen. Und trotzdem nutzt bitte auch noch einen zweiten Eimer. Der kann dann völlig normal und einfach sein mit Shampoo-Wasser-Gemisch. Nur zum Auswaschen, doch wirklich einen stabilen Eimer nutzen. Ihr reibt hier drin mit dem Handschuh hin und her. Und da muss auch eine gute Schmutzfalle reinpassen. Und da hat er hier den Eimer gezeigt oder ein ähnliches Modell. Da seid ihr ungefähr bei 18 Euro, wenn ihr euch so einen Eimer holt. Und hier die Gridguard in Kombination. Habe ich mal geschaut, ob es da ein passendes Set gibt. Kostet 18 Euro. Jetzt kommt noch dazu, dass man hier noch so ein Washboard mit nutzen kann. Und da habe ich auch im Januar 2017 einen Test dazu gemacht, dass diese Art von Schmutzfalle überhaupt keinen Schmutz am Boden hält. Wenn das Teil hier im Wascheimer drin ist und ihr reibt mit dem Handschuh drüber, fällt zwar der Schmutz nach unten. Wenn ihr das nächste Mal mit dem Handschuh hier oben reibt oder auch an diesem Washboard, erzeugt ihr so eine große Verwirbelung, dass der Schmutz von hier unten sofort wieder mit hochgewirbelt wird. Und dann ist das Prinzip dieser Schmutzfalle total nichtens. Das heißt, ihr investiert hier Geld für nichts. Und das gilt auch für dieses Washboard. Diesen Handschuh permanent über diese Kunststoffoberfläche zu reiben, das ist der Tod auf lange Sicht für euren Mikrofaser-Waschhandschuh. Ich empfehle euch immer, vor allen Dingen im Sommer, nutzt wirklich die zweite Hand, um damit den Waschhandschuh auszuwaschen und reibt den nicht wie auf so einem Waschbrett. Das ist wirklich nicht unbedingt modern, wie ich finde. Und da schont ihr einmal euren Waschhandschuh und habt trotzdem eine vernünftige Reinigung. Und ihr müsst ja selbst auch nochmal mit den Händen nachkontrollieren, ob wirklich alles an Schmutz raus ist. Also so eine Schmutzfalle einem Einsteiger zu empfehlen, ist nicht mehr 2019, ist auch schon nicht mehr 2018 und ist meiner Meinung nach auch nicht mehr 2017, weil da habe ich das eigentlich für euch rausgefunden. Er hat ja zwei Tage später das gleiche Video rausgebracht, wo das auch nochmal sich selbst bewiesen hat, dass hier echt der ganze Schmutz im Wascheimer rumfliegt. Deswegen würde ich euch 2019 das nicht mehr empfehlen. Ich lege es trotzdem wieder hier von hinten. Gebt hier etwas mehr Geld aus, obwohl insgesamt ist es eigentlich nicht mehr Geld. Wenn man das mal zusammenrechnet, hier Wascheimer plus diese Schmutzfalle, sei da bei 18 Euro, was ich so an günstigem Angebot gesehen habe. Dann noch dieses Washboard dazu, kostet auch nochmal über 10 Euro. Seid ihr dann schon bei 28 Euro und da könnt ihr lieber so eine Dirt-Lock kaufen, weil die funktioniert wesentlich besser, eigentlich zu 99 Prozent. Hier bleibt der Schmutz super unten. Diese Lamellen hier oben sind noch etwas weicher als bei der Gridguard. Und da könnt ihr auch super euren Waschanschuh dran abreiben und den Schmutz lösen, ohne dass im Untergrund der Schmutz aufgewirbelt wird, weil diese Technik funktioniert noch ein ganzes, ganzes Stück besser. Und da gebt echt die 20 Euro aus für das Teil, auch wenn es viel ist am Anfang, aber das gebt ihr einmal aus. Und noch den passenden Eimer dazu und schon habt ihr da die perfekte Kombination. Das nehmt ihr dann sozusagen als Rinseimer. Sind wir eigentlich hier mit den Werkzeugen auch durch, kommen wir zurück zu den Sachen, zu den Flaschen. Einmal hier Ultimate Quick Detailer hat er empfohlen, finde ich völlig okay. Ob man jetzt als Einsteiger unbedingt einen Detailer braucht, ist wieder die Frage. Müsst ihr selber entscheiden, schaut euch da verschiedene Videos an und urteilt selbst, ob ihr am Anfang so einen Detailer braucht. Ich habe persönlich lange keinen Detailer genutzt und nutze so einen reinen Reinigungsdetailer auch heutzutage so gut wie nie. Ich habe immer, wenn dann einen Detailer mit, der auch gleichzeitig noch eine Schutzschicht mit aufbringt. Und die ist zwar hier auch gegeben, aber in einem ganz, ganz geringen Maße. Also müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das nutzt. Trotzdem, wenn ihr euch den nach Hause holt, finde ich das völlig okay. Geht preislich noch. Auch hier gibt es noch ein paar bessere Sachen. Trotzdem, den lasse ich mal so hier in dem Set mit drin. 15 Euro habe ich hier so als günstigsten Preis gefunden, immer so im Durchschnitt. In so ein Einsteiger-Set kann man auf jeden Fall auch noch Insektenentferner mit reinnehmen. Vor allen Dingen, wenn es jetzt Richtung Frühling geht. Ich denke mal, ihr habt alle schon mal Probleme mit Insekten am Auto gehabt. Wenn nicht, dann könnt ihr euch jetzt hier die Sache wegdenken. Aber es wird auf die meisten von euch zutreffen. Hier, Dr. Wack hat empfohlen, 9 Euro für 500 ml. Der Preis ist relativ stolz, aber die anderen Insektenentferner halten sich auch so ungefähr in der Richtung. Man kann es nur noch den Green Star nutzen, aber wenn ihr hier so ein Wachs auf dem Auto habt und sprüht dann jede Menge Green Star auch verdünnt aufs Auto, pH 12,5, dann wird es für euer Wachs schon schwieriger oder auch für eure Sprühversiegelung. Deswegen nur bedingt einsetzen hier, sonst müsst ihr gleich wieder nachbehandeln. Als Alternative von der Füllmenge her, weil hier sind 500 ml drin, gibt es auch nochmal von Sonax Insektenentferner, 750 ml. Und ich schaue mal hier auf den Preis, bin ich bei 7 Euro im Durchschnitt gekommen. Also auch da wieder kann man ein paar Euro sparen, trotzdem der ist völlig okay. Aber je nachdem, wie groß euer Verbrauch ist, könnt ihr auf günstigere Sachen ausweichen. Die zwei Sachen, um die es jetzt geht, das sind eher so Erweiterungen für ihn. Hier muss wieder jeder selber entscheiden, in welche Richtung er geht. Für mich wäre zum Beispiel eine Reifenpflege nicht unbedingt nötig, weil wenn man den Reifen sauber hält und vernünftig hält, dann brauche ich persönlich nicht unbedingt eine Reifenpflege. Ich nehme auch gerne eine ganz normale Kunststoffpflege, die ich am Auto nehme, auch gerne für die Reifen, funktioniert genauso. Aber klammern wir mal etwas aus, ist auch wieder Ansichtssache, deswegen will ich da gar nicht irgendwie dagegen sprechen. 10 Euro habe ich hier gefunden, relativ günstiger Preis. Viele kaufen das immer teurer, aber ich habe hier 10 Euro so im Durchschnitt gefunden, vergleich da mal, also finde ich völlig okay. Und auch hier Verbrauch, megamäßig, jetzt eine komplett neue Flasche, die andere ist schon leer, die habe ich schon von 3, 4 Jahren oder so. Also hier habt ihr ein schönes Reifenpflegeprodukt, funktioniert auch gut, tragt nicht zu viel auf, schon spritzt euch das hier am Radlauf durch die Gegend. Also das ist völlig okay. Ob man das jetzt unbedingt braucht oder schon als erste Erweiterung, muss jeder selber entscheiden. Ich denke, dann bleibt erstmal hier bei diesen Reinigern und bei den Sachen, bevor ihr dann hier in diese ganz feinen Details geht. Und zu guter Letzt der Lackschutz. Und da hat er hier das Soft 9912M genannt als günstiges Wachs, Schrägstrich Versiegelung, je nachdem wie man das nennen möchte. Hier war ich ein bisschen zwiegespalten, weil es hat sich ja in den letzten Monaten immer mehr herausgestellt, dass auch viele von euch Probleme haben mit diesem Wachs. Und deswegen war ich etwas verwundert, dass ihr das hier so einem Einsteiger weiterempfehlt, weil bei mir zum Beispiel würde das nicht auf die Liste mit drauf kommen. Ich würde euch da eher Sachen empfehlen, wie Sonax Polymer Netshield. Und damit wir auch bei Soft 99 bleiben, könnt ihr auch das Mirrorshine oder das Kiwami nutzen. Die sind meiner Meinung nach komplett problemlos. Ich habe noch keinen kennengelernt, der gesagt hat, beim Kiwami habe ich hier so Schlieren- und Wolkenbildung. Das ist immer nur beim 12M. Und deswegen finde ich es ein bisschen komisch, dass das jetzt hier als Einsteigerprodukt empfohlen wird, weil es hat ja auch einiges an Nachteilen. Und da hat er auch selbst ja mal ein Video drüber gemacht, dass das wirklich arge Nachteile hat und bei vielen für Probleme sorgt. Ich habe mir das mal ausgedruckt, weil ich kann mir das auch nicht alles merken. Als Vorteil wurde hier vom 12M genannt, dass es bis zu zwölf Monate Standzeit haben soll. Realistisch schreibt er hier acht bis zehn Monate. Ich persönlich habe noch keinen kennengelernt oder eigentlich nur einen Menschen, der gesagt hat, bei mir hält das zwölf Monate. Aber mein Fahrzeug steht immer in der Garage und wird nur samstags oder sonntags mal bewegt. Dann kann das wirklich zwölf Monate halten. Aber ansonsten beim normalen alltäglichen Einsatz von früh bis abends hier unterwegs, wie mein Fahrzeug auch oft ist, dann hält das hier keine fünf bis sechs Monate. Das schwächelt schon vorher. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Deswegen habe ich ja gesagt, könnt ihr hier das Kiwami nutzen. Das schafft auch seine zwei bis drei Monate. Und ihr werdet ja immer öfters mal pflegen. Deswegen würde ich hier das 12M nicht mit reinnehmen. Hat zwar einen geringen Preis und das ist auch ein Vorteil. Hier ungefähr 25 Euro für diese 200 Gramm. Das ist schon ein super Preis für diese Füllmenge. Und der Beading-Sheeting-Effekt von diesem Wachs oder von dieser Versiegelung ist einfach herausragend. Und da hat es aber auch starke Konkurrenz aus dem eigenen Haus. Kiwami zum Beispiel oder das King of Gloss. Hat ein sehr, sehr ähnliches Bild und wenn nicht sogar dasselbe Beading-Sheeting. Und da war es aber auch schon mit den Vorteilen, weil die Nachteile überwiegen. Denn er hat hier als Nachteil zu diesem Wachs aufgeschrieben, Überreste auf dem Lachs sind noch nach mehreren Tagen sichtbar. Ihr kennt ja diese Schlieren- und Wolkenbildung. Hatten wir alles schon in früheren Videos. Auch hier nochmal Wolkenbildung bei dunklen Lacken. Hatten wir auch schon geklärt. Und zusätzlich hat er noch den Punkt schwer abnehmbar nach dem Ablüften mitnotiert. Da muss man immer schauen. Es kommt auf die Ablüftzeit an und da gibt es auch schon Tricks, dass das etwas besser funktioniert. Man sollte einfach nicht zu viel auftragen. Neigt dazu Schmutz anzuziehen. Gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen. Und schwer vom Lack zu entfernen. Im Prinzip, ich entferne das hier mit dem Maguire's Wash Plus. Geht aber auch mit Green Star zum Beispiel ohne Probleme. Also das ist jetzt nicht so der riesen negative Punkt. Ein Produkt, was halt möglichst gut hält, sträubt sich auch gegen Reiniger. Es wäre ja schlimm, wenn das Produkt hier nach einmal Autowaschen schon wieder weg wäre. Sonst würde es ja auch keine zwölf Monate hier halten, laut Hersteller. Und im Winter soll vor allen Dingen an dunklen Lacken der Schmutz stark haft. Und das sind seine Nachteile, die er aufgezählt hat. Und deswegen fand ich es ein bisschen fragwürdig, warum das dann einem absoluten Einsteiger empfohlen wird. Weil die Nachteile überwiegen schon arg den Vorteilen. Deswegen King of Claws, Kiwami, wenn ihr hier beim Soft 99 Hersteller bleiben wollt. Und damit sind wir eigentlich soweit durch hier mit diesem Set. Ein paar Sachen würde ich ersetzen. Ich fasse nochmal zusammen. Waschanschuhe, Schmutzfalle, Glasreiniger noch eine günstige Variante nehmen. Und beim 12M würde ich auch zu einer anderen Sache greifen. Vielleicht Polymer Netshield oder King of Claws, Kiwami in die Richtung. Der Rest war soweit völlig in Ordnung. Plus bei den drei Sachen sollte man auf jeden Fall möglichst zu etwas anderem greifen. Beim Glasreiniger hält sich das noch in Grenzen. Ich hoffe, das war für euch eine realistische und faire Einschätzung. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten rein. Vielleicht habt ihr auch noch Alternativen zu den Sachen, die hier stehen. Das wurde ja gewünscht, dass ich das mal hier analysiere oder so. Je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Ich hoffe, ich habe niemanden hier damit gekränkt. Das war meine ehrliche und objektive Meinung zu den Sachen. Und falls ich euch auch nochmal ein günstiges Alternativ-Set zusammenbauen soll, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Oder schreibt es in die Kommentare rein. Ich habe ja schon mal so ein ähnliches Video gemacht mit den Favoriten. Auch da könnt ihr euch was zusammenbauen. Aber wenn ich nochmal richtig durchrechnen soll und alles perfekt zusammenstellen soll, dann meldet euch nochmal. Das mache ich gerne für euch. Bis zum nächsten Mal. Danke und haut rein. Ciao.